Der EQS ist die erste vollelektrische Luxus-Limousine von Mercedes EQ. Als jüngstes Mitglied der Familie erhält die Limousine ein elektrisches Antriebskonzept, das für weitere Modelle als Basis dient. Die modulare Architektur ist konsequent auf den elektrischen Antrieb maßgeschneidert und ermöglicht verschiedene Fahrzeugvarianten. Das Lithium-Ionen-Batteriekonzept des EQS ist modular, effizient und innovativ. Das Batteriesystem kann flexibel mit Pouch- oder Hardcase-Zellen bestückt werden und ermöglicht je nach Variante eine Reichweite von bis zu 770 Kilometern. Die in-house entwickelte Batteriesoftware ermöglicht technologisch Over-the-Air-Updates. So bleibt das Energiemanagement des EQS auch in Zukunft up-to-date. Der EQS fährt angenehm leise. Möglich macht das die intelligente Auslegung und Bauweise des elektrischen Antriebs, die Anordnung der Elastomerlager und Tragrahmen, sowie die Schalldämmung der elektrischen Antriebsstränge. Die Antriebsgeräusche und Vibrationen werden optimal isoliert. Stille als Luxus wird dabei zum Leitmotiv des neuen EQS. In der Allradvariante mit zwei E-Motoren sind diese harmonisch aufeinander abgestimmt. Je nach Fahrbedürfnis werden beide Antriebsmodule intelligent kombiniert für optimale Leistung und Effizienz. Das Ergebnis? Hohe Reichweiten bei starker Performance. Der weiterentwickelte EQS erkennt die Strecke und unterstützt den Fahrer durch intelligente Rekuperation. Wann immer es die Situation zulässt, wechselt das System in das Segeln über. Jetzt fährt der EQS fast ohne Energieverbrauch. Der EQS analysiert Verkehrssituationen, Gefälle, vorausfahrende Fahrzeuge und Geschwindigkeitsbegrenzungen und unterstützt den Fahrer beim vorausschauenden Fahren. Durch die intelligente Rekuperationsstrategie entlastet der EQS den Fahrer vom Bremsen und hält situationsabhängig bei Erkennen vorausfahrender Fahrzeuge bei Bedarf automatisch an. Die cloudbasierte Navigation mit Electric Intelligence berechnet vorausschauend und kontinuierlich den Energiebedarf, um die optimale Route zu ermitteln. Dazu werden Topografie, Streckenverlauf, Umgebungstemperatur, Geschwindigkeit und die Ladeinfrastruktur laufend analysiert. Wünscht der Fahrer an den eingeplanten Ladestationen eine zusätzliche Reserve, so kann er diese individuell einstellen. Er braucht sich keine Sorgen, um die Reichweite zu machen. Das Ladesystem des EQS ist auf alle gängigen Lademöglichkeiten ausgelegt. Von der Haushaltssteckdose bis zur Schnellladestation mit Plug-in-Charge. Laden ist so fast überall möglich. Mercedes EQ Kunden bekommen dank Mercedes Mi Charge direkten Zugriff auf mehr als 500.000 Ladepunkte weltweit. Durch bidirektionales Laden ist es erstmals möglich, die Energie der Batterie an andere Abnehmer weiterzugeben. Dadurch wird das Auto zum Stromlieferanten, zum Beispiel für das eigene Haus. Der EQS. Elektrischer Luxus in seiner schönsten Form.